Hallo liebe TSG-Fans, heute öffnet sich wieder ein Türchen. Ich gegen einen Fan von euch. Wow! Und wenn ihr wissen wollt, wie es ausgegangen ist, dann schaltet 20 Uhr rein. Und es sind immer noch Challenges offen. Wenn ihr euch anmelden wollt, dann klickt rein. Jetzt kommt ihr auf dem Falle und dann klickt rein. 2. 2.